Jeder kennt ja das Problem, man möchte das wertvolle iPhone so gut wie möglich schützen. Dafür gibt es unterschiedlichste Cover und Hüllen, wie zum Beispiel diese hier, das Sense Cover von Moshi. Das hat den Vorteil, man kann hier auch den Swipe-Effekt nutzen sogar. Oder es gibt klassische Hüllen, wie diese Lederhülle hier von Norev aus Frankreich, die sehr sehr schön verarbeitet ist. Und wo man auch beispielsweise das Display und die Bedienungsmöglichkeiten frei hat, ohne dass man das Ganze öffnen muss. Viele Menschen verwenden solche Cover wie dieses hier, das sehr sehr elegant ist, von Niki Pinder. Das gibt es, so wie die beiden anderen, auch übrigens bei mobilefun.de bzw. mobilefun.at. Die haben eine riesige Auswahl an solchen Sachen. Und das hier beispielsweise ist aus Silikon hergestellt. Dadurch ist das Ganze sehr sehr dünn einerseits, leicht, trotzdem auch stabil aufgrund dieser Herstellung hier. Und fühlt sich sehr sehr nett an. Das hat einen, muss man sagen, nicht silikonmäßigen Touch, sondern das wirkt irgendwie schon ein bisschen wie Stoff. Und es ist aber wirklich sehr sehr praktisch. Jetzt könnte man aber natürlich meinen, okay, ich möchte noch etwas anderes. Ich entscheide mich für eine komplette Beklebung des iPhones. Und das funktioniert mit dieser Sache hier. Und zwar von dbrand. Das ist eine Schutzfolie für die Vorder- und Rückseite und auch gleichzeitig für die Seite des iPhone 5 bzw. 5S in dieser Ausführung mitgeliefert wird. Dazu auch entsprechend eine Schutzfolie. Wie das Ganze angewendet wird, schaut man sich am besten auf einem Video an, das man online findet. Und zwar bei dbrand.com slash howto. Da gibt es ein zweieinhalb Minuten langes Video, wo die genaue Anwendung erklärt wird. Das ist alles andere als kompliziert. Und mit etwas Fingerspitzengefühl sollte das also zu bewerkstelligen sein. Und mit etwas Fingerspitzengefühl sollte das also zu bewerkstelligen sein.